Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um eine Rezension gehen und zwar zu dem Buch Das einzige was jetzt noch zählt von Agnes Ledig ist im DTV Verlag für 14,99 Euro erschienen und hat 360 Seiten. Ich habe letztes Jahr ja schon von der Autorin kurz bevor das Glück beginnt gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Ihre Bücher sind halt mit so ein bisschen Ernsthaftigkeit. Die Geschichten haben so eine tiefergehende Bedeutung, sag ich jetzt mal. Und das gefällt mir an ihren Büchern so gut. Ich habe hier auch gestern glaube ich gelesen, dass sie zu schreiben begonnen hat, als ihr kleiner Sohn an Leukämie erkrankte. Und ja, diese Ernsthaftigkeit, das macht es vielleicht auch aus in ihren Büchern. Hier ging es um Juliette. Sie ist Krankenschwester und lebt in einer Beziehung mit einem sehr unsympathischen Mann. Möchte aber gerne schwanger werden, aber es klappt leider nicht so. Auf der anderen Seite geht es hier um Romeo. Er ist Feuerwehrmann und stürzt bei einem Einsatz, bei dem er einen kleinen Jungen aus dem Feuer retten möchte. Ich meine aus dem achten Stock eines, ja, Gebäudes. Und so kreuzen sich die Wege der beiden. Zu seinem Leben ist zu sagen, dass er sich auföpferungsvoll um seine minderjährige Schwester kümmert. Ich glaube, sie ist zum Zeitpunkt des Unfalls 14 Jahre alt. Und ja, irgendwann kreuzen sich dann halt im Krankenhaus die Wege von Juliette und Romeo. Und mehr kann ich da jetzt gar nicht zu erzählen, weil dann würde ich zu viel verraten. Was mich an Juliette nur so ein bisschen gestört hat, so ihre Wehrlosigkeit. Sie hat sich wirklich alles gefallen lassen. Das fand ich, ja, schon sehr, wie soll ich sagen, sehr zweifelhaft. Es gibt natürlich solche Frauen, ganz klar. Aber ich konnte es bei ihr jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Aber insgesamt eine tolle Geschichte mit ein bisschen Tiefgang. Trotzdem locker leicht zu lesen. Man wollte immer wissen, wie es mit Romeo weitergeht mit seinen Verletzungen nach dem Unfall. Und eine schöne Geschichte hat vier Sterne von mir bekommen. Anfangs dachte ich, es könnte noch eine bessere Bewertung werden. Aber der Anfang war dann doch am stärksten. Es ist jetzt nicht großartig schwächer geworden. Aber die Geschichte hat sich dann doch so ein bisschen anders entwickelt, als ich gedacht hätte. Aber insgesamt ein ganz tolles Buch, was ich euch weiter empfehlen kann. Ich verlinke es euch in der Infobox. Dann könnt ihr es euch mal genauer anschauen. Und ja, mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, außer dass der Schreibstil wieder sehr flüssig war. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, welches von beiden mir besser gefallen hat. Ich tendiere noch ein bisschen zum Ersten. Aber das Zweite war auch nicht schlechter. Kann man nicht sagen. Geschichten waren einfach völlig unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ein Buch, was man sich mal angucken kann. Dann, wie gesagt, ich verlinke es euch in der Infobox. Dann schaut einfach mal rein. Mir wurde das Buch freundlicherweise vom DTV Verlag zur Verfügung gestellt. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und ja, das war es eigentlich schon zu meiner Rezension. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Würde mich interessieren, ob ihr das Buch schon kennt oder gelesen habt oder noch lesen möchtet. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!